Übrigens, wenn ihr ein Instrument in der Hand habt, könnt ihr im Menü R drücken und wieder aussuchen. Da kommt ein Berg. Ja, ich versuch nach rechts, aber ich komm nicht gegen an. Ja, dann machen wir da nix, dann machen wir da links, fahr da links. Du machst die Merk durch, da ist ein Tunnel. Ja, nee, okay, mal rechts. Komm, Edo, das ist jetzt die Challenge, wenn du das schaffst, wirst du voll der klasse Gamer. Warum machen wir das eigentlich hier gerade? Da ist gar kein Tunnel. Nee, hier ist kein Tunnel, da ist einfach noch ein Berg. Das sieht so aus, jetzt können wir da durchfahren. Okay, Edo, du kannst das gar nicht schaffen. Edo, komm nicht hoch, komm nicht hoch. Ja, du komm, Edo, das liegt am Alter, du musst nur fest dran glauben. Da muss man ein bisschen was erotischeres spielen beamen, sonst kriegt der Edo nicht hoch. Das passt, Edo, alles gut hier, ist ein bisschen nass. Ist jetzt nicht besser, wo sind wir jetzt gelandet? Isle of the last words. Alter, das ist krass hier. Insel voraus mit Skelettosterin. Ob es hier was gibt? Was passiert denn? Hä? Ah, wir sinken! Chipt, 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 Chipt! Warum sinkt ihr? Chipt! Warum? Was ist das denn? Was ist denn? Du, äh, Captain, das Sch... das Schiff ist weg! Was ist denn passiert? Dann machen wir ja noch nicht. Was ist passiert? Die ich jetzt zwei wieder unterwacht, euch da am Schütten bin zu. Aber ich glaube es nicht, warum? Ähm, ich habe ne, ich habe ne Idee. schade aber die glocke läutet noch ja ja das gut ist gerettet okay wir sind nirgendwo gegen gefahren wirklich ein kleines downgrade was ist das war mehr jungfrau wahrscheinlich wird man schätzen wegen dem regen wir hätten wahrscheinlich etwas schöpfen müssen ja wahrscheinlich so du warst das so krass zurück zum schiff welches schiff jetzt zum schiff mal gucken wo ich lande flagge mitnehmen flagge retten was für flagge retten was bedeutet das aber unser ball wurde jetzt weg also wenn ihr das drückt dann seid ihr wieder in der dingens was ist flagge retten eh du nimm die flagge mit wir hatten keine okay lass sie da also ein guter zeitpunkt glaube ich dass wir rein hauen meinst du ja wir haben auch nicht so viel verloren eigentlich oder ne manche waren nur leere kisten wir haben ja alles gesaved und so alles verkauft gerade das war gar nicht sturm als ganz profit gemacht so fast 100.000 gold und wir haben nicht mehr gemacht wir haben den boss weg gehauen wir haben da weg gehauen ist das schiff weg gehauen und spieler hat auch gekillt ja ja du hast mindestens drei mal das schiff versenkt ist so denn das hier immer noch nackig rum rennen der will glaube ich jetzt zieht euch da was an hier unten sind noch klamotten wie ja ich würde somit hier der kleidertruhe probieren ja man kann sich anziehen ja es gibt klamotten lassen wir anziehen wir sind immer noch nackt irgendwie noch was müssen wir mehr rochen also eine fahne oder aber im gegensatz zu red welche auf jeden fall machen dass wir das irgendwann wieder machen aber auch dann mit dem radler ja dann noch mit radler dann auch ein großen radler muss mal gesund werden ja das immer derjenige dafür sorgt dass wir keine spiele zusammenspielen sind wir das gleiche hat er sich einfach eine krippe eingefangen momenten mit uns das spiel zu spielen ja wir können meinetwegen noch ein bisschen rum schippen wir können zweimann schiff nehmen dann auch oder wie du magst noch mal so ein richtig flottes verabschiede ich mich schon mal von euch hat spaß gut was gut schönen abend jetzt ist jetzt können wir spielen jedes pvp machen okay wir töten sie alle der anker direkt beim ding ist das nice oha dann kannst du übelst huckeldürft machen anker hier sägen so ok ich warte mal wo ist denn das wo ist denn die anzeige für den wind siehst du was wind kommt von hinter uns ja passt so in welche richtung zum totenkopf oder sollen wir sagen wir die pvp flagge wissen dass man nicht den totenkopf dieses wieso ok auf den totenkopf captain musik was für musik was ist das megalodon rechts von uns da kommt er vor sich mit uns weg du viel wir sollten mit kanonen darauf schießen oder anziehen mit der links mit dem haken scheiße das ist kein guter plan ich glaube wir hängen ihn ab ist er bleibt da hinten warum fragst du mich damit natürlich nicht an dem plan ist fahren wir weiter gehen wir wieder hin um ihn zu falten wir fahren nach hause was für eine hau also zu dem anderen zum gegnerischen schiff wo ist denn das links ganz viel links schon wieder ja wir sind wir waren einmal kurz auf kurs an der stelle da war der will man wieder vom kurs an kommst du musst dich konzentrieren alter dieses spur warte mal wohin jetzt nah norden ne wo dresden nicht nicht nach westen nach norden das lassen wir eigentlich die rein crashen und die entern dann gehen wir mit pump gun auf das schiff und machen die close range weg das ist der plan ja ja haben kann oder oder das pistole besser haben kann haben kann oder donnerbüchse rein da an der wand habe ich dabei die sind schon hier er hat kassiert er schießt er will schießen das gemacht ich glaube er ist tot ich hab dich auf wir wollten die doch haben und die sind bei uns aufgeschwommen wir sind so dumm er hat das denn geschafft von dem boot runter zu springen und dann wieder aufzuschwimmen als ob wir nicht weggefahren wären der lebt immer noch mann was ist denn mit ihm der hilft die ganze zeit hoch und wieder runter wo ist kannst du sterben er ist tot habe ihn gekillt alter verpiss dich dann gar nix wo brennt denn man hier fehlt immer noch hier fehlt warum brennt sie jetzt schon wieder soll denn das mann 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 würde ich sagen ja was soll ich machen ich krieg die scheiße nicht gelöscht ich bin bei dir und im keller ja jetzt so dunkel deswegen wollte ich ja die lampen wieder anmachen alter was ein chaos mann wo sind die penner ich will die jetzt einfach da vorne sind die wo hinter der insel diese ja die die sind direkt hinter der insel die haben da angelegt oder so ein scheiß aber lass uns darüber schießen können wir gehen jetzt auch close range angriff ist die beste verteidigung edo kommt was ich glaube das ist ein outpost aber der war das ist kaum reiner jetzt hinter hier guckt auch von uns rechts da siehst du nicht die masken im himmel aber stehen doch 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 scheiße ne drehen wir was nach links und dann bleibt stehen wenn andere waffe und die pistole da kommt die schießen ja aber wir haben gebremst passt okay ich schieße mich auf das schiff drauf ich versuche es zumindest jetzt zu fuß ich muss mal ich muss mal die kugel hier entladen da ist direkt vor hier ist einer der snipe direkt vor dir edo daneben aber da war doch noch ein zweiter oder indem er dich mit einer pump gepusht hat ich habe ihn doch einer pusht bei mir wieder lol ok er ist einfach rum gehüpft ja ich bin da und heiße sind viele habe einmal gekillt der andere ist auch fast dort sein unterwegs jetzt komme ich wieder doch noch nicht sehen wir sehen wir sind gut ja ist gut aber es langweilig scheiß egal einer ist unten im keller habe ein gefühl getötet und machen sie fertig machen wir facken die ganzen boot ab ok der kann es nicht habe noch eingetötet zwei sind tot ja ja ich bin gleich der eine war schon tot das heißt dass wenn dann noch ein einziger drauf alle tot das ist so lame mit dem säbel es macht überhaupt keinen spaß man ja ich muss kurz da unseres lehr machen hier ok ich komme mit der kanone ok da wer ist drauf diesen oben drauf lassen wir holen ja dann bin ich gleich tot ich habe halt ein hp ne ja der guckt schon auf mich gleich ein shot und dann bin ich dead wenn ich soweit werfen geht soweit bomben aufs schiff kann man unter wasser messern ja kann man tot ich glaube unser schiff brennt bei unserem schiff ist feuer oder so auf jeden fall leute habe eingekillt ich habe eingekillt scheiß säbel kann man auch blocken man kann auch blocken einer ist noch auf unserem schiff einer ist tot ich bin auch da unser schiff brennt ne und der hat sein derzeit teammate wiederbelebt ja sie ihr wasser status ja unseres brennt auch ne ja ich respawn gerade ich werde jetzt wahrscheinlich wieder gespawnt kill direkt die sind übel auf dem schiff hier einer ist da unser mast ist umgekippt ich bin auf dem schiff habe ein von ihnen getötet ja unser mast ist kaputt ist nicht schlimm wir haben schätze hier Leute sind die schlecht oder zwei tot hier du brauchst brand munition wir haben uns munition geklaut die schweine ich versuche wieder zu bier zu kommen wie du ja ja unterwegs geht ich komme bin da ich bin unten durch geflogen unser boot ist mit dem deren boot abhauen was hast du was zum fuck abhauen das ich hab nix warte mal wo sind die munitions kisten von denen lasst deren munition klauen einfach abpacken das ding komm her abpacken oh lol alter mit die munition ja ja ich habe ganz viele feuerbomben hier kommen wir fackeln die kiste ab alles feuer machen hier er kommt achtung oh jetzt brenne ich eh doch ich hab aber alles abgepackt alles was gegen nein ich mach feuer überall ich bin ich vorne gerade edo ist hier was hier ist feuer auf jeden fall ich hasse es ist so umständlich ist zum zum eimer immer zu kommen ja die müsste jetzt auch erst mal ja ja das das war jemand reingeschmissen oder was du das von irgendjemand schmeißt granaten hier rein von wo ja er ist unten drin hab ihn gleich ist er lebt aber ist super low ich liege am boden an der treppe unser jetzt die ganze zeit an deshalb brennt gucken ob wir noch einmal respawn können ja ja ich weiß nicht ja 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 aber ich höre schon wieder step ich muss auch hier bretter rein machen die haben die bretter noch nicht geklaut es ist wirklich der herd an er hat eine kokosnuss draufgelegt und die verbrennen lassen deswegen ist unser schiff anbrennen gewesen oder was ist das ein ding kann man geht das kann das sein ich komme auch wieder hoch slow komm stirb noch einer ja ja die messer ich weck der lehrt nach ist tot ist tot ist tot hoffe ich werde in der zeit nicht gekillt ich packe in ihr boot was habe ich nachgeladen ja er hat kassiert er ist richtig low er haut ab das range waffe kannst schießen nice job ja ja bin dabei das war eine granate aber eine splitter granate keine brandgranate hinter uns schon wieder oben auf dem captain's ding er brennt und der slow durch was scheiße das nur eine das ist auch da wenn er kommt einer kommt einer von unten ich habe ihn in einer ist noch drauf alles noch drauf da ist der andere hat mich gekillt genau da auch nach scheiße wieder da unsere ausgangslage scheiße werden glaube ich den anker schafft aber die anker zu richten ich bin da das war es jetzt unser schiff weg go away er redet er sagt go away please go away you mean learn to play ich glaube es kaputt ich höre keinen brenn sound mehr oder sowas wir fahren da wieder hin edo so wo sind die wo sind die schweine was ist los was ist los was machst du wir sind im sturm ey warum kommt hier so wasser rein die kümmern dich oh mein gott die sterben ich geh nicht weiter kümmern du nicht um den schiff was für was 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 wir sind im sturm man ja du musst du du musst schäften sonst kann ich keine planken dran machen was muss ich schäften ach so ja warte ja jetzt gehts wieder ich komme einer da ist man einmal trinken holen und dann ja du kannst du dich im mittelsturm an engelassen hier holy shit ich mach von der welt was eigentlich kommt was wir jetzt mal durch ich weiß nicht in welche Richtung wir schwimmen dann drehen sie noch einen kreis ja guck auf die karte ja wir wollten nach süden ich glaube das ding ist gestopft kannst du mir mal sagen wo okay wir sind fast raus aus dem sturm kannst du mir sagen wo die sind ich hoffe nicht dass wir durch den sturm müssen ähhhh wir fahren jeden Fall du kommst ja durch den sturm wieder raus du fackst meine Eif ja kommst du wieder durch wieder nach süd ich hab mein koppers funktioniert nicht mehr oh man jetzt kommst du durch den sturm wieder durch du hast einfach wieder ne Schlaufe gemacht ey ach ja ich sollte ja die Segel checken ne ne passt schon passt schon oh jetzt siehst du wie ich bin im sturm so jetzt hier full speed ist jetzt wirklich full speed sieht man sogar die Animation ja ja egal die sind versteckt hey 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 Nimm dich mal, sag weiter, nimm dich mal. Nimm dich mal. Ich hab mir schon ein bisschen geflogen, verdammtscheide. Was? Klasse. Ich hab' mich geflogen. Ich hab' mich geflogen. Ich hab' mich geflogen, ich hab' mich geflogen, ey. Karma, sag' der Chat. Irgendwahrscheinlich. Ich hab' mich geflogen. Ich hab' mich geflogen. Ich schläge den Scheißblitz in dich ein, ey. Ich hab' mich geflogen. Du drehst schon in die falsche Richtung, Ido. Nein. Ich hab' mich geflogen die ganze Zeit. Die Beine sind zu krass. Du hast gesagt, wir müssen anzupieren. Also hin. Ich probier' das doch. Und nimm' Brandgranaten mit, ne? Wir haben noch. Oder wir haben welche. Ich muss eigentlich Pipi machen die ganze Zeit. Nee, gib' den jetzt nicht. Schau' ich noch. Schau' ich noch. Schau' ich noch. Junge, du musst doch vom Scheuer wegstehen. Du Kek! Der ist am Scheuer stehen geblieben! Nein! Alter! Oh, nee! Jetzt fahren wir in die falsche Richtung! Weil der Steuerrad schief hält! Du Idiot! Oh, ist nicht sein Ernst! Wir fahren an den vorbei! Oh, nee, du! Oh, nee! Wir ankern! Klassische U-Turn rein da! Was passiert? Edo, du hast das Steuerrad festgehalten und wir haben uns gedreht! Was? Ja, ich zieh' den Anker wieder hoch! Du hast dich... Du bist am Steuer stehen geblieben und das Ding stand auf Richtung links! Ist der nicht so klug gewesen? Nee, warst du nicht so klug! Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht klug war! Ja! Genau! Pass! So, wir müssen jetzt drehen! Jetzt bist du nicht auf dem Schiff? Doch! Alter! Ich suche nach den Brandgranaten! Wo sind die? In der Munitionskiste! Du bist so alter! Wirklich nämlich der Blunder? Nein! Brand! Okay, hab ich! Also ich kam da voll rein, ja? Ja! Voll rein! Die schießen? Nein, die schießen nicht! Doch, die schießen! Ähm... Der Hitler sitzt Scheiße! Ja, das sind... Alter! Edo! Lenken! Oder ich schieß mich drauf! Soll ich mich drauf schießen? Ah! Ich bin runter! Nein! Hör mir das auch so! Hör mir das auch so! Hör mir das! 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 Ich schwimme zum Angriff! Okay, okay, ich... Ich... Ich schreie beim Schiff! Ich kann jetzt nicht rein! Ich kann jetzt nicht rein! Was? Aber ohne mich? Warum? Wo ist ne... Wo ist ne Meerjungfrau, Mann? Ich kann jetzt nicht rein! Ich brauche ne Meerjungfrau, Mann! Doch, da! Bist du rein, Edo? Ja, du bist rein! Und es brennt! Feuer! Wunderbar! Warum brennt der ganze Mast? Was hast du gemacht? Unser Schiff ist gleich aber egal! Ich komme, ich muss mich jetzt aufs Schiff teleportieren und dann bin ich da! Ich bin bei dir drin! Warum lädt das zu lang? Okay! Okay, der ist bei uns! Die sind zwei, die sind auf unserem Schiff! Ich gehe auf deren Schiff! Ich bin auch bei denen drauf! Komm einfach zu denen drauf! Ja, die hauen... Die kommen rüber! Scheiße! Ah ne, schnell, schnell, schnell! Wo ist die Scheiße hier? Ich bin tot! Ja, ich bin auch da und weil ich die Kacke nicht ausgerüstet hatte! Scheiße! Okay, nein! Wir haben kein Schiff mehr! Was? Schon? Du kennst das Spiel! Neues Schiff! Wir müssen sie finden! Weißt du was? Edo, ich hisse mal die rote Flagge! Okay! Weiß nicht! Was, wenn das jetzt so PvE-Leute sind? Sie sehen jetzt... Oh nein! Schiff mit Flagge kommen! Schnell weg! Mach die Flagge wieder weg! Okay! Flagge weg und Licht aus! Tarnmodus! Wir machen, ähm, die karierte Flagge rein! Mach die karierte Flagge! Und mach Licht aus! Das bedeutet, wir sind Fußballspieler! Oder sowas! Oder Zebras! Äh... Wir haben... Alarm! Was? Hey, wir sehen einen, Alter! Ich hab doch nur auf die Glocke gedrückt! Hängen wir ab! Jo, baller den weg! Den baller ich weg! Jetzt war doch so im Wasser gekommen! Also nichts! Wow, Alter! Ja! Bitte! Ja! Nein! Ich muss abdrehen jetzt! Scheiße! Die haben 10 Hits bekommen! Ich hab einen bekommen! So ist das richtig! Bist du stolz, Captain? Sag ja, ich bin richtig stolz auf dich! Dankeschön! Ja, die... Du... 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 Also nicht die Gamer, sondern die! Ne, ich suche die Gamer! Die anderen interessieren mich nicht! Die anderen NPC Piraten! Ich will Spieler Piraten! Jaja, scheiß auf NPCs! Wir müssen Spieler raten! Ich seh nischt! Arr! Ihr habt nen Arschloch! Hier ist nix! Ey, ihr Schweine! Es gibt keine Peace Zone! Wir kommen! Hast du echt Pläger von? Ja! What the fuck! Ey, ihr Schweine! Los, Vollgas, Edo! Oh Scheiß, braucht die Feuergranaten! So, voll rein in das Schiff, Edo! Links, links, links! Du bist vorbei! Was machst du? Ich will von der Seite reinknallen, von hinten bringst nichts. Die stehen auf dem Schiff. Die stehen drauf. Der ist bereit. Er guckt, er guckt, er guckt. Er sniped. Fahr ihn weg. Hau ihn weg. Voll rein. Schiff halb umgekippt. Nein, unser Schiff schwirrt weg. Scheiß drauf. Edo, Angriff. Jetzt habe ich das wieder nicht auf der Ausrüstung. So, Feuer legen. Warte mal, ja? Wir müssen den, klauen denen die Brandmunition. Klauen die Brandmunition. Feuer. Überall Feuer. Ah, ich brenne. Scheiße. Edo, ich brenne. Feuer. Aber ich dachte, er war nicht mal böse, ey. Das ist schwer, ey. Ich habe das Gewiss, das wir angezündet haben. Lass ihn wieder löschen. Nix, hier wirklich. Wo ist unser Schiff? Schwimmt weg. Nein, hinter dir, Edo. Hinter dir. Der will doch gar nicht, oder? Der schießt. Mach ihn weg. Aber der ist alleine und der trifft mich. Oh, ich habe keine Muni mehr. Kann ich bei dem Muniz umklauen? Jawohl, perfekt. Ja, sein Kollege kommt gleich noch. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn sie schwächer sind als ich. Ich würde ihn bei Viererteams angreifen. Ständig. Da kommt unser Schiff. Halt. Das war es. Scheiße. Ich bin dran. Ich bin dran. Wie schön weiter das war. Das war es. Ich bin dran. Scheiße. Ich bin dran. Wie schön weiter das war. Das war es. Schöße. was ist das was ist keine ahnung gesunkenes schiff oder da fliegen auch so möwen rüber kommen wir machen mal die wir machen mal hier die die resten ich spring mal los was wirklich versuchen ist schiff das könnte aber von denen sogar gewesen sein das sieht voll aus wie das von denen aber wir haben ja nicht gekämpft oder es war auch nicht hier aber es sieht halt wirklich so aus wie das von denen kann es ja mal angucken kann man eigentlich unbegrenzt schwimmen ich habe den kopf schädel kopf wo die wohnen richtig kaputt gemacht heute haben vor viel gut hier noch ich habe auch essen und sowas daher sehr schön ist und so dass wir essen und sowas besorgen genau das brauchen wir auch was hat hier geknallt da ist ein tier werden von komischen tieren angegriffen mehr jungsfrau männern vorsicht junge der schießt mit schallwellen und bewirft mit schneeball hier so fisch ja den meine ich ja den fisch ist ein fisch kaputt ist bereit kaputt ist dran ich komme nicht rein doch ich bin drin ja ich kann nichts machen ich bin raus man das hat wieder nicht funktioniert dass ich die brandbomben hatte ich muss aufs schiff zurück wieso war meine wieso hat er jetzt mein blödes fernglas gezückt statt ich bin ich kann da kann ich aufsteigen so es müsste gehen wo ist das muss ich kann hier aufsteigen vielleicht komme ich drauf bei denen ach man das ist doch ein witz zweimal die am anker die am anker gezogen er dem gang hat okay ich glaube das ist gut das gut das gut das gut das gut so ganz hochkirren wir die verleiter ich mach feuer ich bin down aber ich habe feuer gemacht hier knallt alles wo wo ich hier rein ach du kacke bist du bekloppt das ding ist komplett voll das hat nichts mehr mit voll laufen zu tun okay ist untergegangen kann man eine riesenwelle entschuldigung was war das okay ich bin tot ich bin tot warum auch immer ich war auf einmal tot was passiert nein ich bin mitten im meer wie die hauen haben als ob die uns versenkt und abhauen was ist das für ein move ach das war so ein explosionsfass haben sie doch bitte ein herz eine spende bitte eine spende ich bin zu dichter für diesen scheiß oh nein meine orgel ist kaputt was das denn also dadurch dass ich natürlich jetzt zum prime sub gekommen habe muss ich natürlich das latest anstimmen oh edo ich hab ne glocke bin zurück edo bist du bereit für den letzten kampf was machen wir jetzt wir sind im plan wir schießen auf die ja mit was mit wattestäbchen mit kanonen ich fahr ganz nah ran mache handbremse und du ballerst die ganze Zeit drauf okay ein spray ja ich hoffe ich bin aber nicht da du Arsch okay edo das wird der letzte angriff von den befürchtetsten piraten in Sea of Thieves soll ich schießen ja jono ich setze alles in brand edo ich schwöre rüber ankästen okay ich befeuer weiter okay ich schieße schieß die schmeißen irgendwas auf die kommen zu mir rüber und die drehen weg einer kommt zu mir rüber ne ja 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 ist sie ich schüttere den hoch die hoch die schießen hier so ding ins zeug so splitter zeug warum hüpft ihr so viel nein ich hab ihn gekillt nein die haben unseren Mast weg gehauen scheiße wir haben auch geschossen wir hätten auf den Mast schießen sollen statt dass sie vorher schon sind oh fuck so ist man es sind auf jeden Fall vier glabel ich schieße ich schieße ich schieße ich schieße ich schieße kommt der nächste rüber zu mir kann schießen sein halt doch wir sind durch einer ist gestorben der Dutch Tower ist auf jeden Fall gestorben ah nein wo ist er ach man bin tot das ist ein Holländer du setzt unser Schiff in Brand das Schwein die Käsesau ich bin da ja er ist oben er brennt ich werde wieder wiederbelebt oh jeje ich brauche ich brauche Munition haben wir noch Munition ja bestimmt ich brenne warum brenne ich au ich krieg direkt au alter alter die stacken mich fest mit den Kanonen ich bin dauernd es geht nicht die schießen die ganze Zeit auf die Stelle dass die mich hier hinten ich muss ich kann nix machen ich muss angreifen ich kann nix machen er hat aufgehört zu schießen äh es bringt halt nix ich bin tot Mann hey ich kann nicht mehr schießen ah ok ich bin tot er hat mich gesehen jo ich hab ja gesagt wird ne kurze Reihe deswegen ist der Bums mit Sea of Thieves jetzt auch schon wieder vorbei ich hoffe es hat euch gefallen wir spielen das bestimmt irgendwann nochmal tschüssi 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 tschüssi